bis heute was glaubst als hier auf meinen kanal und ich danke mir für alles für alles für alles für alles und verschlechter nicht damit wieder drin ich denke mir heute drehe ich ein video und ich habe ein cola kopf wir sind getrunken ich dachte ja ich denke mir war nix so schaut es dann aus wenn es aus so ja und ich danke mir gestern hat rapid gewonnen und das war leichter und ich denke mir ja wenn sie so kurz vor halb zwölf ich denke mir das mal wenn ihr 14 14 daumen hoch schafft gibt eine challenge und ja dann schauen wir mal wie es so abläuft und ja ich habe mir gedacht dass man sich vorbereiten ich denke mir dass wir so links dass wir ich habe euch das hätte ich von abend von das video gesagt eine challenge mit einem cola und ich denke mir ich tue es jetzt vorbereiten und ich tue euch noch mal überraschend das ist jetzt nicht so kurz weg durch die kamera entstand so ich habe euch hier gießen welche gießen welche jaja 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 da das ist Cola und das schütt ich mal ein und schauen mal Cola Challenge wenn sie mir ein Challenge waren gibts einen Daumen hoch für dieses Video und ja ich habe Dingsda für Becher weiß ja wie man das nennt und versuchen mal in 30 Sekunden oder so im Mund zu haben schauen wir mal ob ich das schaff und ja dann beginnen wir mal erstes leer hola China ja 30 Sekunden ausgesoffen das ist ein großes mein Bauchy nicht zu schaff und das ist ein großes mein Bauchy das ist ein großes das ist ein gutes das ist ein großes das ist das was wir jetzt ja das war es auch mit wieder auch mit dem cola challenge und ja gibt daumen auf dieses video und ja dann bis zum nächsten mal